schaufel macht sind zum aufhebeln und da kommt gleich die mauer jetzt wo ich keine schaufel mehr haben super okay abbauen bitte ziemlich viel stress war das tut ganz viele schatzräume und kämpfe und noch mehr kämpfe so den wollte ich jetzt ganz am ende machen aber sie besser hinhaut auf keinen fall vergessen auf keinen fall jetzt noch keine vergessen du hundertprozentig das weg und dann stresst ich dabei ja was zur hölle bist du also eine statue dass wir jetzt eine defensive statu sein das ganze ding hier aussieht ja mach mal hier puzzling ancient sculpture auf des linken implications gibt so zurück hätte ich eigentlich ganz gerne für noch so ein korallending ich muss einfach mal so hart skinned zehn protection wow ich mag die kauf mir die ganzen sondersachen die hier drin sind das wollte ich nicht kann ich wieder raus wieder rein ok ich kann hin und her wechseln also schon mal gut zu wissen essen ja kiste mit truhe kiste mit truhe kiste im schloss du artilier die beiden wir sind alle vorher dran Nee, so. Da war ich. Und ja. Puff. So, du Schlüssel. Ähm. Nom nom. Das kommt mit. Das kommt mit. Wir haben keinen Platz für Gold. Wir haben nur noch zwei Fackeln für den ganzen Dungeon. Das könnte es sein werden. Äh. Crest lasse ich mal hier. Mitnehmen. Und wann raste ich? Ich denke, ich laufe jetzt einfach so lange weiter, bis das einmal dunkel wird. Dann raste ich. Ich kann mit der Truppe auch im Dunkeln hier durch. Hm. Ja, trotzdem. Ich laufe jetzt so lange weiter, bis ich rasten muss. Dann kampiere ich. Und dann muss ich gucken, ob ich gleich die Wackelwürger absichtlich wieder ausmache. Je nachdem, wie es läuft. Du kannst 100%. Ja. Das ist weg für Stress. Aha. Tapst, 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 tapst. Das sah verdächtig aus, aber das ist wahrscheinlich nichts. Gampf. Oh, ein Schreihals. Und der ist sofort, gerade macht sofort sein Rechen. Aber noch kritisch vielleicht. Oh, ein Schreihals. Looter. Lebst nochmal. Okay, schade. Aber hey, diesmal waren wir jetzt unsere Helden vor dran. Vor dem Ganzen. Du bist nicht drunter tot. Das ist gut. Ich weiß nicht, kann ich ignorieren. Was nicht gut klappt, wenn du dich direkt vor mir stellst. Dann hau einfach mal den. Aha. Du heilst. Ja, du schützt ihn. Das ist nicht gut. Okay. Ah, da hätte er gar nicht schützen können, weil beide getroffen wurden. Aber leider hat er gedocht. Aber dem wird er auch... Ne, dann heilen wir lieber. Heilen baden. Blut. Kein Blut. Du fang an zu entschließen. Das nimmt sonst ein wenig überhand. Jetzt kannst du dich jungen. Und da er, der auch selber getroffen wird, konnte er nicht für ihn einspringen. Das ist ganz praktisch. Bei den Flächenattacken. Also nun kann ich das Schützen von ihm umgeben. Du entstress man. Ja, du kannst gleich weiter heilen. Auch für zwei. Oh, wie jetzt kann ich nicht. Du. Mach mal den hinten weg. Du. Nicht user und shop. Ein. Ein, eins gab ich. Ach, da konnte ich nicht wieder stehen. Gut, ja. Kromme, Krumpf. Heilen. Blüter. Für sechs. Und es gibt neue Blutung für... Sex. Oh. Äh. Ja, mach die Leichen weg, sonst kriegst du Stress, wenn du nichts machst. Brauchst du eine Fähigkeit für vorne. Für vorne vom Gegner. Und weg. Dodge und Speed, dafür ist er leichter zu debuffen. Ohne Schaufel, die hätte ich ganz gerne. Ich, 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 ähm... Ich schmeiß die Chests wieder weg. Die stacken nicht hoch. Sechs. Höchsten. Ich brauch Gold. Ich bin hier wegen Gold. Die Schlüssel brauche ich auf jeden Fall für den Sonderraum. Die kommen auf keinen Fall weg. Die Sonderdinger hier kann ich für 1000 noch was Gold verkaufen. Ja, wobei teilweise auch noch für 750. Das heißt, ein Stack Gold wäre wertvoller als ein so ein Trinket. Fackeln wegschmeißen. Fackeln wegschmeißen. Schaufel nehme ich mit, damit ich sie gleich benutzen kann. Büsten können. Büsten können weg und das kommt mit. So. Die Tool lasse ich auch erstmal da. Gehe erstmal weiter, benutze die Schaufel, um das da aufzulösen. Und jetzt wird gleich geschlafen. Jetzt? Hunger? Ernsthaft? Ich bin doch gleich kampiert. Na Gott. So, ich kriege ich neues Essen? Nee, aber ganz viel anderes Zeug. Ja, das ist okay. Feiner. Und kapier. So, 4, 6. Das hat er noch nicht mehr. Dann werden wir entstresst und geheilt von uns. Dann habe ich aber noch genug Essen für einmal zwischendurch Hunger. Das wird nicht enthauen. Mach das. Das entstresst zwar nicht, aber ich kann durch den Baden das hoffentlich da ausgleichen. So. Dann. Plus 10 Accuracy, plus 5% Crit für 4 Kämpfe. Wie Kämpfe haben wir noch? 1, 2, 3, 5 oder 6 vielleicht. Klingt aber ganz gut. Was hast du noch? Remove Target Disease. Hat keine Disease. Okay. Bandagen auch nicht. Du kannst die ganzen Entstressdinger. Du kannst ja mir auch noch recht viel heilen. Nee, dann mach mal. Entstressung für alle. Und weniger Stress. Damage für 4 Kämpfe. Ploing. Dann mach du bitte. Deinen Buff. Und du. Noch mehr Scouting Chance. Nein, das ist schon ziemlich hoch. Heil. In. Prevents Nighttime Ambush. All increased stress by 7. Nighttime Ambush. Wäre gar nicht so schlimm. Du heil noch mal. Stehen. Dann haben wir gleich keine Punkte mehr. So. Rest. Und Nighttime Ambush. Und Surprise. Und überhaupt. Okay. Du. Stepp. 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 Die Qualle. Oder heil. Heil sie. Die Qualle. Okay. Du machst Vina. Dann auf D. Sehr schön. Und der ist ganz hinten. Das ist nicht schön. Ich wollte gerade mit ihr nach vorne ruschen. Mit dem eigenen Fähigkeitsding. Du machst hier. Du entstresst schon mal einen. Und Blutung an. Und Blutung an. Und kritische Blutung. Und überhaupt. Hier ist jung. Hier ist jung. Das war aber richtig gut Gold. Okay. Ähm. Du. Dahin. Du. Dahin. Ich habe immer noch keinen Platz. Es wird nachher massiv aussortiert. Du. Du bist irgendwie gestresst. Okay. Boah. Das macht ja schon. Sapsch. 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 So. Was haben wir da? Die Dinger sind nur 250. Die sind auch nur 250. Dich weg. Dich rein. Okay. Weiter. Oh, da ist ein neuer Kampf dazu gekommen. Heureka. Braucht größere Taschen. Können wir nicht einfach einen Esel mitnehmen oder so? Oh, was bist du? Heil erstmal tief für sich zählen. Oh, super. Du. Mach mal Schaden. Mach auch an den Schaden. Oh, weißt du immer aus? Du Hockballe. Juhu. Und weg ist er. Sehr gut. Gargler. Grab. Schade. Da hat er viel Stress. Du. Heil ihn. Kritisch für nur 6. Trotzdem Blutung. Für auch 6. Ah. Okay. Nie wieder zusammen los, die beiden. Du. Schnee. Kein Stress. Es wird gleich dunkel werden. Wir haben keine Fackeln. Da müssen wir schon auf den Stress achten, dass er jetzt schon recht niedrig ist für die Dunkelphase später. So, du wurft euch auf die. So, du wurfst euch auf die. Ja, du blutest. Selber schuld. Du heil ihn nochmal jetzt. 16. 16. Super. Jetzt kein... Kein... 12. Aber wenn du sie jetzt kurzzeitig auf Max... Du... Oh, ein bisschen scharfer. Okay. Oh, eine Bandage. Oh, das ist gemein. Ah, das ist gemein. Also, dich kann ich damit hinstecken. Wir haben 750 Gold. Du kommst auf jeden Fall weg. Ja, kriegst du halt zum Schaden. Das muss ich gegen heilen. Ja. Entschuldigung. Ich bin direkt. So, das Ding. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Sachen, die ich nutzen würde. Das Essen, ja. Aber wenn ich später den ganzen Weg wieder zurückkomme, nochmal mehr Stress. Ich glaube, ich gehe jetzt schon dahin. Ja. Vielen Dank.